Robin Hood. Graf Friedrich Würfeld. Besuch aus Bayern. Wir werden diesen Hans Wurst um jeden Penny erleichtert. Er will seine neue Schatzkammer mit dem Geld des Grafen füllen. Doch der Graf spielt nicht allein. Wir beide wollen den Sheriff besiegen und demütigen. Robin will versuchen, in eure Schatzkammer einzubrechen. Pass auf! Geld zu stehlen ist eine Sache. Er ist direkt unter meiner Nase wegzuschnappen, eine andere. Robin Hood. Heute um 21.10 Uhr.